UNTERTITELUNG Ich hab dir das von meinen Albtraum erzählt. Die sind schlimmer geworden. Ich bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich will wissen, ob das ein Geist ist oder mein Kopf. Bist du jetzt hier? Ja. Ich bin übrigens Henry. Du existierst gar nicht. Dann ist alles gut. Du spürst, du hast auch dran gelegen. Ah! Du hast es passiert. Geht's dir nicht gut? Du bist das Beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist. Vergiss die Alte. Du liebst sie nicht. Weißt du warum? Weil du nicht kampfst. Was ist da nicht mehr? Es fühlt sich manchmal so real an, dass ich gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht. Ich bin echt. Nein! Vergiss die Alte er was. Weekend blен. Wir sauen nicht mehr. Wir sind glücklos auf meinem Deken. Während wir hier. Ich fragere mich jetzt immer. Vielen Dank.